Ich bin heute im Discoveryland und ich gehe jetzt gleich ins Café Hyperion, um dort etwas Leckeres zu mir zu nehmen. Ich hoffe, es ist lecker. Wir wollen mal schauen. Wir gehen gleich mal rein. Wie lange es dauert und so weiter. Ich werde euch gleich berichten. Ja, bis gleich. 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 Vielen Dank. Hallo. So, jetzt sind wir drin und es wird auch nicht lange dauern. Es stehen so drei Kärchen vor uns. Mal schauen. Also Marquette ist gar nicht aus den Restaurants. Hier im Hyperion keine fünf Minuten gewartet. Man geht durch diese lange Warteschlange entlang, wo dann keiner steht. Dann wird man eingewiesen zum Handy desinfizieren. Dann wird man eingewiesen in die Schlange, wo man dann bezahlt. Dann bezahlt man, kriegt dann kurz nach einem Counter sein Essen. Musst aber vorher dort einmal Hände desinfizieren. Und das ist super sicher am Platz. Hier ist also alles gut bestuhlt, aber auch noch platzfrei. Und geworden ist es dann Menü Nummer vier, der BB-8 Burger. Beziehungsweise das BB-8 Burger-Menü. Mit dem Burger, Pommes, mit einem Nachtisch und einem Getränk. Ich zeig's euch jetzt mal. So, also wir haben natürlich den Softdrink dabei. Diesen Nachtisch, den ich euch gleich nochmal genauer zeigen werde. Die Pommes. Und den Burger. Mit einem Blanding drauf. Ja. Dann würde ich jetzt mal sagen, guten Appetit. Diesen Opa. Ja. 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 Das schmeckt gut mit einer furchtigen Füllung. Ich weiß gar nicht, was das ist, aber es schmeckt lecker. Das finde ich aufmerksam. Sieht so ein bisschen aus wie Leberwurst, aber nein. Das ist ein frottiges Füllung. Sehr lecker. Das war wieder ein leckeres Mittagessen mit Disney-Oper. Hier aus dem Café Hyperion im Discovery Land von Bislendis von Paris. Ich muss sagen, wunderbar. Es läuft besser als jemals zuvor. Draußen geht ihr in die Warteschlange. Habt ihr ja die Bilder gesehen. Halte ihr schön den Abstand ein. Dann geht ihr rein, dann werdet ihr zugewiesen. Dann bezahlt ihr, dann bekommt ihr euer Essen. Könnt ihr euch hinsetzen, lecker essen. Und es war wirklich lecker, muss ich sagen. Auch dieser Kuchen, ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, was es war. Es war ein Gebäck, gefüllt mit einer Mousse. Ich würde sagen, Himbeer. Ich bin nicht hundertprozentig sicher. Also schlack mich, wenn es kein Himbeer ist. Also es war auf jeden Fall keine Pflaume oder keine Zitrone. Aber ich meine, es war Himbeer. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. War aber sehr lecker. Mit ein paar Streuseln obendrauf. Also das war schon mal super lecker. Könnt ihr auch hier essen, im Gebäude. Ihr könnt es natürlich auch mitnehmen. Braucht ihr keine Reservierung und nichts. Einfach kommen. Und wie eine Pech habt, ist es natürlich voll. Aber normalerweise ist es hier riesig groß. Es sind unwahrscheinlich viele Sitzplätze. Ihr kennt das ja. Also einfach kommen und genießen. Ja, und dann würde ich sagen, war es das schön wieder mit dem Video hier. Aus dem Café Brillon, vom Discoveryland, im Disneyland Resort Paris. Tschüss, dann bis zum nächsten Mal. Euer Disney-Opa. Ciao. Ciao.